Du lausst auch noch! Unsere tägliche Trash-Dosis gibt uns heute. Da kann ich nur sagen... Was? Ich hab noch Angst, dass ein bisschen drüber ist. Mach das, du auskommst! Du bist nicht! Karma is a Nick. Du lebst doch von deinem... Na, mehr ist ja nicht. Morgen um 20.15 Uhr startet der Endboss aller Bohnenvergifter. Mensch, wir sind doch kein Anti-Haufen! Der war schon mal gut. Zur Einstellung auf Promis-Interview gibt's das Beste aus Staffel 1 mit Desiree Nick. Es ist ein Wahnsinn. Was sagt ihr? Wer hat die Mumienkammer aufgelassen? Achtung, Verwechslungsgefahr! Eine spitze Zunge und spitz wie Nachbars Lumpi. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Und unter diesem Aspekt muss ich von Anfang an auf 150% gehen. Ja klar, einen guten Ruf verlieren oder wie Willi Herren sagen würde. Da fühlt man sich doch gleich wohl so. Der Koffer wartet, bis irgendein Arschloch den hochträgt. Okay, das heißt, dass sie den am Ende dann doch selber hochträgt. Na, da habe ich doch den richtigen Mann, der mir meinen Koffer hochträgt. Diese ganzen Muskel-KP-Pakete, die sollen doch zu was Mützen sein. Da hat sie also eher gefunden. Wir hatten ja alle gehofft, dass sie nicht über Matthias Mann Japanisch spricht. Da wissen wir alle, er ist für seinen Hubert natürlich mehr als nur ein Skullerloch. Wer bist du denn? Ich bin Eva. Wie heißt du Eva? Eva. Weiter? Bin ne Tattoo. Bist du YouTuberin? Nein. Ich war beim Bachelor und bei Big Brother. Was so viel heißt wie, sie kann nichts und das gleich zweimal. Die Frau hat aber offensichtlich wirklich elend erlebt. Also dich habe ich jetzt nicht gekannt, aber das will ja nichts heißen. Also du bist Desiree. Ich bin Desiree Nick. Wie sie jetzt hier so tut, als würde sie Olivia Jones ohne Perücke einfach nicht erkennen. Es sind erst zwei weitere Leute da und die Nick verbreitet schon Hass ohne Ende. Bist du so akrobatisch drauf? Ich war Cheerleaderin. Das ist auch was. Besser als gar nichts, finde ich schon mal. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Wenn du brav bist, mache ich dir mal Spagat vor. Desiree kann also ein Spagat? Schon länger. Ein Hoch auf ihr künstliches Hüftgelenk. Die Eva ist schon ein Püppchen, aber ich finde für ein richtiges Püppchen ist sie nicht hübsch genug. Für mein Empfinden. Ist sie eigentlich recht banal. Also ich kann auch Spagat. Aua, es läuft wenige Minuten und zwei Frauen sprechen darüber, wer die Beine ****** kann. Das ist mein ****** Sat 1. Nein, Schwiller. So schick! Oh, ich werd nicht mehr. Du bist doch Boutiquebesitzerin. Das kannst du gar nicht bezahlen, das Kleid hat 1200 Euro gekostet. Das ist ein ganz einfaches Etui-Kleid. Nein. Das kommt doch ins Etikett. Deutschland, Land der Dichter und Denker und von Promise unter Palmen. Wer sich heute alles Promi nennt, man glaubt es kaum. Der Kim Jong Un, der hat die Haare so. Mensch, du hast die Haare wie Kim Jong Un. Wenn ich jetzt wüsste, wer das ist. Der Diktator. Ganz vielleicht haben wir auch einfach den Klimawandel verdient, oder? Es ist unfassbar. Aber die Szene sind schön geworden. Ja, ne? Ja. Ein bisschen zu weiß. Nein. Und was ist eigentlich mit seinem alten Gebiss passiert? Schön. Ach, jetzt reicht's aber. Ich glaube aber, dass er auch wirklich ne Bitch werden kann. Wir alle dachten ja, RTL wär ja eigentlich die größte B**** hier im Trash-Business. Und dann kommt's das Einzige mit dieser Perle. Ach gucke mal, da ist ja noch was ganz Dralles Hübsches. Wer bist du? Carina. Ich war beim Bachelor. Ach. Es ist fast so was wie eine Promi-Version des Bachelors. Aber sag mal, kann es sein, dass die Nick RTL und Promiflash genauso ignoriert wie ich Mac Fit? Das gibt's doch gar nicht. Nein, die müsste auch mal Sport machen. Die ist nämlich schwabbelig. Auf den ersten Blick finde ich so ein bisschen sehr billig. Das wird sich mit dem zweiten oder dritten Blick auch nicht ändern. Bist du denn eine YouTuberin? Instagrammerin? Instagram ein bisschen eher. Ach, da hab ich endlich mal eine, mit der ich mich darüber unterhalten kann. Heißt, machst du so Tutorials? Desiree Nick und Claudia Obert in einer Sendung. Ich glaub, ich bin im Himmel. Du, wenn ich zu Geld komme, dann lass ich mir die Brüste verkleinern. Ehrlich? Weil ich finde, große Brüste machen alt. Große Brüste machen alt? Können wir da mal bitte eine echte Trash-TV-Expertin fragen? Danke, seid eins für diesen phänomenalen Cast. Willkommen in der Trash-Champions-League. Ich hätte dich mir nicht durch die Lacken gehen lassen. Du wärst was für mich gewesen in dem Alter. So eine sinnlose Beziehung mit dem Handwerker wär mir gerade recht gewesen. Ein schönes Kupplement. Das ist echt, danke. Tobi ist halt auch einfach hell wie ein Tunnel. Er geht immer noch davon aus, dass sich die Serie Nick einfach vertan hat. Also ne, mit dem Handwerker, weil natürlich in seinem Namen das Wort Obi steckt. Irgendwas piechst dir doch. Ach, die Serie Nick macht Yoga. Und die Lester-Schwestern sind in ihrem Element. Unglaublich, dass das gar nicht präsentiert wird, wie Mode oder Kultür getragen werden muss, sondern dass das dann so mit einem Hausfrauen-Latschgang vorgeführt wird, dass man denkt, die hat zwei Taschen rechts und links vom Einkauf, die sie hinter sich her schleift. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Noch mehr allerdings wirklich bei Sat.1 für diese 1a-Trash-Sendung. Ich liebe alles. Machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt gleich. Sie ergreift ja unter und sie säuft sich dabei einen an. Es ist einfach alles so verstörend, wie die Nick neidisch wird, weil Ronald an Claudia rumfummelt. Es ist irgendwie traurig und schön zugleich. Die ist ja notgeil. Oh, mir wurde gesagt, hier sind sogar Schlangen. Also ich mein, da hüt' ich mich vor. Und trotzdem ist sie so nett zu der Desirée. Desirée und die Obert streiten sich um den Ronald und wir alle dachten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Los geht's mit der ersten Challenge. Im besagten Körbchen sitzend, müssen sich die Promis mit dem Seil über den Balken ziehen. Lammier dich nicht vor der Welt! Du musst! Und wenn du stirbst! Desirée ungeschminkt in HD. Man erkennt sie kaum, wenn sie ihr Gesicht nicht vollständig aufgemalt hat. Die Fresse aufreißen, da kann ich nur sagen, als er beim zweiten Durchlauf im Sand saß, der Jotta könnte bei mir in die Leere gehen. Die Desirée ist so ein kleines bisschen von unserer Luftpumpe hier enttäuscht. Diese Unordnung würde mich so schämen. Ich finde, es sieht aus wie in Bangkok. Wir müssen heute nur umbildliche Strategie spielen. Die Alte muss raus. Aber sowas von. Du, ich von selber geht, da gehe ich mit der Schere durch die Sachen. Die kann ich nicht mehr kennenlernen. Wer steckt eigentlich wo tiefer drin? Der Jotta in den Schulden oder Matthias in Desirées Arsch? Ich kenn das alles, ja. Wie bei mich hat die sich in Events eingeschleicht. Und die Leute kamen dann und haben gesagt, Mensch sag mal, was hast du denn da für eine Grotte im Schlepptau? Wie ist denn das? Da bringst du Personal mit oder so? So viel Boshaftigkeit! Ich feiere das, ich feiere das mit euch, ich feiere das mit meinen Kollegen. Das hat gelutscht, dass es kracht. Und unter den Tischen auf Partys in München. Das weiß jeder. Diese Stimme alleine wie ein Abflussrohr. Weißt du was soll ich mir nicht von irgendeiner? Zappafrika Uschi, ja? Du bist eine Brunnenvergifterin. Matthias. Oder wie die Ärzte auch sagen. Das größte menschliche Organ. Der Arsch. Ich befürchte, das wird auch in Staffel 2 sehr unangenehm. Und damit ihr nichts verpasst, am besten direkt meinen Kanal. Abonnieren. Dann schauen wir uns das nach der Sendung auch wieder zusammen an. An einem Tisch! Du eine Längst! Deine Huste kannst du über meine Leben! Du bist eine Längerin! Hör du dich um das Fernsehen sorgst! Kann ich dir nur sagen, dann bewege deine Fresse! Bewege deine Fresse aus der Kamera! Ronald ist tatsächlich einfach stellvertretend für uns Zuschauer da. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Der Produzent so, wie würdelos wollen wir es eigentlich machen? Und Sat.1 so, ja. Es tut mir ein bisschen leid, aber wir müssen tatsächlich Höllener Fürst den Titel der schlimmsten Trash-TV-Person ever wecken. Ja, der hast du mal ne Creme geschenkt! Der hast du ne Gesichtscreme geschenkt! Mit der kriegt man perfekt den Urinstein im Klo weg! Das war Stufe 1 von dem, wozu ich fähig bin, wenn ich deine Fresse sehe! Wie Ronald Schill in Folge 1 schon gesagt hat, diese Sendung bringt die schlechteste Seite zum Vorschein. Die Frage lautet halt einfach, gibt's da irgendeine gute Seite bei den Kandidaten? Das ist ganz großes Kino! Deshalb sitzen wir ja hier miteinander, das hat ja seine Gründe! Ja, weil dein Laden nicht läuft! Er könnte in der Tat besser laufen, Desiree! Immer besser! Das wissen wir! Deshalb bist du hier! Also erzähl nicht, du wär sonst wer! Coco Chanel! Wirklich nonstop Eskalation! Ich wär nur gerne 1% so von mir überzeugt, wie Desiree das einfach durchgängig von sich ist! Das war ja krank! Das ist ja so... Das ist heftig! Überlege dir, wen du herausforderst! Man kann doch keinen hier körperlich angreifen! Wer hat denn hier jemanden körperlich angegriffen? Wenn ich's so mache, ist das kein Angriff, das ist Kommunikation! Weil manche Leute verstehen Worte nicht! Und die ist so gefühllos! Die Idioten dachten, das Nachmittagsprogramm von RTL 2 wäre asozial! Es kann aber nicht mehr besser werden! Dachten wir! Meine Knie! Ich wusste grad nicht, was hier grad abgeht! Ich bin... Zitterst! Ja! Dann überlegt dir gut, wen du nominiert! Unfassbar! In der vergangenen Folge hat ja Carina die Desiree öffentlich nominiert! Und wir dachten alle schon, will sie sterben? Bist ich eigentlich der Einzige, der hier gewisse Parallelen sieht? Wenn die geht, dann verfallen wir hier alle Langeweile! Dann haben wir nichts mehr zu streiten, dann haben wir kein Feindbild mehr! Was soll denn hier noch abgehen? Es sind auch wirklich noch x weitere Opfer für die Desiree da! So macht sie es ja mit allem! Modekollekt! Mann, Mann, Mann! Ja, man hört's im ganzen Haus! Diese keifenden Nadder! Ach, jetzt hat die an die Tür geklopft! Ja, dann komm doch mal rein! Oh, da drinnen wird gefetzt! Matthias ist ganz enttäuscht, dass Desiree ihm nicht Bescheid gegeben hat! Das hat erstmal mal eine Sekunde auf der Liege, weil der Tobi ganz geil aussieht! Geh mal mit rein! Geh mal mit rein! Ich will das! Ich liebe alles, 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 alles! Es ist unfassbar! Du lauschst auch noch in einem Fernseeprojekt! Lauschst du! Mach das, du rauskommst! Du wirst mit einem Mann während deiner Periode nach... Bitte was? Das ist nur die Nebenhandlung! Ronald versuchts natürlich mit seinem Dirty Talk! Nice try, du sendest dein Anfänger! Jetzt lassen wir die Profis ran! Wo ist der Koffer? Die Sachen fliegen auf die Straße und aus dem Fenster! Wenn du so eine dumme einlädst und sie bezahlst, dann nützt du sie doch nicht aus! Wenn du erfährst, dass die Schwiegermutter doch noch zwei Wochen länger bleiben möchte! Du kannst deinen Koffer abholen! Ich hab dir packen geholfen! Da steht ihr an der Tür, lauscht und wummert an die Tür! Mich maßregeln wollen! Das ist ja ne Straftat! Ich heule vor Glück! Das hat eins einfach heimisch still und da ist ja das Promi-Boxen wieder zurück auf den Bildschirm gebracht hat! Da lauscht ihr an der Tür! Hast du gesagt, die nützt die Promis aus? Hast du das gesagt? Nein, die Wahrheit! Die Wahrheit! Man kann den Koffer auch nehmen und aus dem Fenster werfen sie! Gut, der da dran ist, die Sendung böse kommentieren, das müssen wir eigentlich gar nicht machen! Das übernimmt alles schon diesen Renik! Die intriganten Tanten frühstückeln heute im Bett! Ich weiß nicht, ich wünsche mir irgendwie immer, dass der nicht gewinnt! Weißt du, das ist einer jener Menschen, wenn die dir ins Gesicht lächeln, sind die nicht nett? Vielleicht denkt er auch, er ist Schwarzenegger für Arme! Unsere läster Schwestern oder wie wir sagen... So, Fernsehen ist my life! Das ist ja nicht hinterm Rücken reden, was wir machen! Nein, das ist mit dem Mikro in der Hand reden, damit wirklich nichts verloren geht und alle jedes Wort hören! Ach guck mal, jetzt ist hier Miracle Morning mit der Stewardess! Ja, das ist ja klar! Die hätte mal Stewardess bleiben sollen in ihrer Kajüte! Aber deshalb das kann sie! Die kann gut Kaffee machen, abkochen und so weiter! Und die Efi, die will gefallen! Das ist sehr unreif! Sagt Desiree, ne? 63 Jahre alt, die gerne die Koffer andere runterwirft! Ich weiß, das ist wirklich ein hartes Kopf an Kopf ran! Aber ich glaube, am unangenehmsten ist tatsächlich gerade einfach Matthias Mann Japane, oder? Isst du nix! Wer so viel trinkt, muss doch was essen! Schnauze! Macht sie doch Schnapspralinen und Rotweinsoße! Diese Beef hier ist mein Lebenselixier! Weißt du was, Claudia Obert? Ich trinke Zein mit dir! Da bin ich froh, ich habe so lange kein Champagner mehr bekommen! Ähm... Ah, Willi Herren! Die machen doch hier gerade Pantomime, oder? Na, Desiree Nick wird ja jedenfalls in der Bahnhofsknallwende nicht wirklich auffallen! Würdest du mit deiner rauen Zunge bei mir mal f***en, Claudia? 20 Euro sind 20 Euro! Das klingt nach der Gehaltsverhandlung der Promis mit Sat.1 Peinlich des Todes! Und trotzdem... Fernsehen ist mal live! Tobi ist auch überrascht und guckt entsprechend wie so ein Auto. Also, klar. Nicht so schnell natürlich. Prösterchen! Ich wollte einfach mal zeigen, wie Frau Nick ist, wenn sie gut drauf ist. Oh, ja. Also, so langsam habe ich den Eindruck, Desiree Nick´s Gehirn ist genauso leer wie Nuttles Konto. Was ist das? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Los! Du tanzt jetzt mit Oma! Carina! Carina, du Schlaf-Tablette! An die Arbeit! Oh mein Gott! Carina, du schlampe gegen die Arbeit! Bitte mach, dass sich der Höllenschlumpf nicht noch weiter öffnet. Das ist das Krankeste, was ich jemals gesehen habe. Wirklich! Also, mittlerweile bin ich echt im falschen Film. An die Arbeit! Mach es doch wie Mutti! Also, als f***er habe ich noch nie gearbeitet. Sorry! Okay, also das war jetzt wirklich alles schön gut. Aber das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Carina zu hinterstellen, dass sie arbeitet. Er hat diese plumpe Gier auf den Sieg. Und ich sehe null Hirn. Er ist ein Honk. H-O-N-K. Ist schon, das kann hier jeder Einzelne bestätigen. Wer muss gehen? Um ehrlich zu sein, ist die Situation, auf die ich gewartet habe. Ein Teammitglied wirft mir sinnbildlich vor. Ich bin ein Großmal, Desiree. Ey Jotta! Mach dich vom Acker! Aber dann weine bitte nicht, wenn kurz vorm Ziel du wieder kollabierst. So war es ja bisher in allen Formaten. Ich liebe dich! Okay, das war eine absolute Trash-Sternstunde. Desiree, ich sag ihr, ich hatte heute mehr Glück als Verstand. Die anderen Tage auch. Glück hatte sie aber auf jeden Fall auch. Wir erinnern uns, wie hart Desiree sie angefasst hat. Aber nicht vergessen, Desiree hat ja mit der katholischen Kirche zu tun. Das erklärt das mit dem Anfassen zumindest mal so ein kleines bisschen. Unsere Beleidigungskünstlerin ist raus. Wo ist der Trash-TV-Gott? Ah! Da! Hallöchen! Na, da können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Der aller allerbeste Comeback-Stats von allen und von allen, die noch kommen werden. Desiree gibt alles. Im Endeffekt, ob jetzt Claudia oder Desiree hier ist, macht keinen großen Unterschied. Ich weiß, dass sich hier jemand freut. Ist aber auch so schade, dass Matthias nicht bei allen gleichzeitig in den Hintern kriechen kann. Sein Verhalten ist einfach noch hässlicher als diese ganze Botox-Nummer in seinem Gesicht. Warum gehst du Jotta? Zähneputzen. Bitte? Zähneputzen. Dann sprechen wir danach. Er hat schon ein Fluchtverhalten an den Tag gelegt. Diese Dezähnschenspitzen von Desiree sind einfach so filigran wie ein Vorschlaghammer. Könnt ihr kurz erwarten? Ich will mir nur was anderes anziehen. Ich habe noch kein BH an. Das macht doch nichts. Du lebst doch von deinem Hub. Mehr ist ja nicht. Was ist sonst noch da? Z1 hat natürlich mit Desiree vor der Rückkehr gesprochen. Du musst ein bisschen für die Quote was machen und ein kleines bisschen anstacheln. Desiree so, oh, dann werde ich jetzt mal für richtig Korn versorgen. Und Z1 so, ne, ne, bleib einfach so wie du bist. Wie machen wir die Teams jetzt bei dem Spiel? Komm, dann zieh rein, geht wieder raus. Die muss in dem Team sein, was verliert. Sind die jetzt gegangen, die beraten sich jetzt. Will irgendjemand, dass sich auch da gewinnt? Ja, viermal nein mit Ausführungszeichen. Aber immer noch die Schuhe an. Ja, aber weil es eben so bequeme Campingplatzschlacken sind. Ich dachte, so ein bisschen Performen ist ja eigentlich auch für deine Marke wichtig. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht in der Disco und muss hohe Schuhe anziehen. Deshalb zieh ich meine Schlappen an. Wieso ist es hier in der Disco? Wie heißt es so schön? Karma is a Nick. Guck mal, wie klein mit Hut gespackt es. Desiree ist einfach die Marie Kondo von Sat.1. Sie räumt ordentlich auf. Und dann bin ich froh, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Immer wie auf dem Campingplatz, in Latschen, Langschlurfen mit schlechter Haltung. Das ist ein sehr negatives Klima, weil ich habe mir ganz einfach von dir wesentlich mehr erwartet. Es ist wirklich die aller allerbeste Staffel von Game of Thrones. Ich gucke wirklich viel Trash, aber ich kenne keine Sendung, in der es so abgeht. Bitte? Hör zu, dann verstehst du mich auch. Ansonsten schraubt das Hörgerät höher. Sag mal, du hast sie doch wohl nicht alle. So wie du? Nee, weil du nur nuschelst. Du hast eine Art zu reden, dass man dich kaum versteht. Für dich sind ja alle, dann guckst du noch in die falsche Richtung. Ich finde, du wärst am besten aufgehoben, so als Camping. Carinas Verstand arbeitet gerade auf Hochtouren. Ich wünsch, du hättest nur ein Pfündchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Böse Zungen behaupten, Desiree ist wirklich allein unter Dummen. Na gut, und Tobi natürlich. Ich hätte es schön gefunden, wenn einer von euch auch noch was gesagt hätte. Das sag ich ihr auch noch. Carina findet es schade, dass niemand zu ihr steht. Vorm Mobber in die Opferrolle, binnen weniger Stunden. So schnell haben sich nur Carinas Lippen beim Schönheitschirurgen zuletzt geändert. Also, Desiree ist ja hier relativ aggressiv erschienen. Ich werde ihr den Wind aus dem Segel nehmen, indem ich sie als erstes wähle. Desiree, willkommen im Timo Rush. Ob das er dachte, naja, dann verlieren wir ihm, dann steht ihr heute Abend da und heute Nacht ist sie wieder weg. Meine Antipathie gegenüber Jotta ist tatsächlich einfach noch viel größer als sein XXL-Ego. Hiktak-Turbo. Gepunktet wird hier mit einer Dreier-Reihe Kreise oder Kreuze. Ich gebe alles, aber nicht um jeden Preis. Mann, ehrlich? Ich bin hingefallen. Ey, ist kein Problem, kein Problem, kein Problem. Eine ganz andere Frage. Woher kommt eigentlich Desiree Nick? War die mal beim Bachelor vor 100 Jahren oder so? Du hast sie als erstes gewählt. Natürlich. Dass sie als erstes wieder draußen haben möchte. Jotta wirft ja Desiree Nick. Und klare dir vor, dass sie hier nichts geleistet haben? Doch, mein Lieber, die haben uns unterhalten. Und du nervst uns einfach nur. Desiree, hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Nur Desiree Nick selbst kann sich in die Knie zwängen. Ehrlich gesagt befürchte ich auch, dass ich nach dieser Folge Promis unter Palmen Wiederbelebungsmaßnahmen brauche. Desiree ist tot. Unglücklich. Ich komme vom Leistungssport und ich weiß, wenn Leute ohnmächtig werden, wie es ausschaut. Wie meinst du, 80? In jedem anderen Format hätten die Zuschauer Jotta und der Matthias und auch Karina sofort rausgeschmissen. Ich fühle mich irgendwie so machtlos. Leute, ganz ehrlich, was erwartet ihr? Die Frau ist Mitte 60. Glückwunsch. Danke. Die hat nämlich einen Vertrag mit Sat.1 und ist im Finale. Als Desiree aus dem Krankenhaus sehen kam, war ich erst mal erschrocken. Ich habe einen Muskelfaserriss ausgelöst durch einen Sturz. Wer kann massieren? Ich kann das nicht. Also, Ronald würde auf jeden Fall massieren. Ich liebe Claudia echt immer mehr. Ihretwegen ist Desiree nämlich zurückgekommen und kann dem Jotta mal ordentlich in die Suppe spucken. Aber du hattest doch auch Kreislauf, oder nicht? Das schon, ne? Ja. Also, irgendwie hat das für mich nicht so ganz Sinn gemacht. Dr. Karina, die noch nicht mehr weiß, wo sich das menschliche Gehirn befindet, urteilt also. Sie hat am Strand vorhin schon gesagt, dass ihr beiden wehtut. Karina hat offenbar auch ein bisschen Silikon in den Ohren. So ist am besten. Wer muss gehen? Desiree. Desiree. Desiree darf auf gar keinen Fall gehen. Sie muss hier noch einige Leute auf sehr hohem Niveau richtig fertig machen. Ich möchte auch noch etwas abschließend sagen. Ich bin so reich, ich habe es überhaupt nicht nötig noch aufzutreten. Also heute zu mir zu sagen, tu mal dein Hörgerät rein. Wegen unserer Generation. Bist du gleichgestellt. Du willst ja unbedingt gewinnen. Mit so einer dumpfen Gier. Ganz ehrlich, ich hätte gerne meine Hausarbeiten genauso ernst genommen, wie Desiree ihren Vergeltungsschlag. Wie kann man sich in so einem Alter nur so lächerlich machen? Du bist doch erst 43, oder? Ich finde diese ganze Truppe, die darauf verzichtet hat, das Gepäck vor die Tür zu stellen, umso mieser die sich verhalten, desto besser stehe ich am Ende da. Ein mieses Falten von Promis. Oder wie es auch heißt, jeden Montag um 20.15 Uhr in Sat.1 Promis und der Palmen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf unsere gemeinsame Promis und der Palmen Analyse habt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben, auch für das Video natürlich. Hier gibt es zum Warm-Up das Best-Of mit Claudia Obert. Das ist auch sensationell. Guckt auf jeden Fall rein. Viel Spaß mit einem und bis ganz bald. Das ist от